die schwarze liste ich hab hier nicht genau du hast diejenige die die little sisters oder habe ich den gehackt gehabt glaube den hatte ich gehackt ja genau den habe ich gehackt du hast doch diejenige die die little sister wieder erschaffen hat hier wieder die falsche tasse warte mal oh heilen oh shit ich hab die ganze kugel mehr ja was mein Das nähe ich schon fast knapp. Komm her, Kleiner. So, da haben wir jetzt mal wieder eine kleine Lille Sissa an Angel. Jetzt müssen wir bloß noch schauen. Äh. Ah, da ist der erste Splicer. Okay, ähm. Jetzt kommt die Frage, von wo die kommen werden. Ist egal, wir nehmen jetzt erst noch mal... Hallo, Adam sammeln? Danke. Keine bösen Wörter. Nice. Oh. Mensch, das gibt's doch nicht Und hier kommt jetzt noch Oh, perfekt gesetzt Oh, mein Geschütz hat mir geholfen Ja, GG, optimal Ja, natürlich bin ich besser als andere Dennis So, kann ich jetzt erstmal wieder ordentlich looten Wird zwar vielleicht nicht so viel geben Aber dann vielleicht doch ein bisschen mehr als sonst So, hatte ich dich? Nee, dich hatte ich nicht Das ist alles okay So, das haben wir, das haben wir, das haben wir Hier haben wir noch was rumliegen Die alte wurde getötet Von dem Ding, ne? Das war ja optimal Das freut mich schon mal So, wir haben wieder 120 Gold Dollar, meine Güte Kein Gold Adam, ganz in der Nähe Adam, ganz in der Nähe Ja, los Dann bring mich mal hin Dann kann ich nämlich gleich nochmal Adam sammeln Aber diesmal habe ich das so vor Dass wir Ja, die Kleinen nicht retten Sondern diesmal vollkommen extrahieren Ich würde das nämlich immer so machen Zwei Kinder retten Und eins Ja Und ein Kind halt Wie soll ich es jetzt nennen? Umbringen hört sich so hart an Ich würde es nicht umbringen dann, ne? So Das ist fertig Schwere Niesen sind glaube ich eher für schwere Gegner Wie diese dicken Typen, die auf uns zugerannt sind Oder halt Antipersonen gucken Ah, das sieht er mal Hallo So, du sollst ja untersuchen Meine Güte Guck, guck 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 Wann das Diese Schüsse, die machen den noch gar nicht aus, ne? Die stehen einfach bloß da und dann, hm Oh shit Oh shit Das habe ich ja jetzt gar nicht gesehen Ah, du bist fertig, wunderbar Daddy Du rettest mich immer vor den Monstern So ein bisschen tut es mir ja schon fast leid, ne? Das war die gleich komplett ausbeuten Oh, nur ein bisschen Oh, nur ein bisschen Das ist ja ein Spiel Da geht das noch So Ähm Ja Hat der Hat der Zwei Ein bisschen komisch überfragt Hatte der gerade eine Bombe geschmissen? Oder die? Ich weiß es nicht So Big Daddy ist unterwegs Da ist er Komm, lauf mal bitte ein bisschen Das wäre nicht sehr optimal Äh, gab es hier nicht irgendwo? Der Blech-Daddy ist kein Mensch Er ist halb Hund und halb Teufel Geschaffen von Andrew Ryan Um unsere Kinder in wandelnde Leichen zu verwandeln Oh shit Hm, genau, das will ich zurückgehen Weil das nämlich genauso so danach aussah Wie es, äh, ausgesehen hat Dass die Fässer gleich explodieren werden Das muss ja nicht sein Popcorn Ich will Popcorn Bei mir ist das noch so eine schöne alte Maschine Ich finde sowas Immer recht cool Okay, keine Ahnung, wie ich die getroffen habe Aber ich habe sie getroffen Oh, ist gut One shot, one kill Ah, hier Ach, komm, wir machen es einfach mal Damit man das auch mal gesehen hat Alles klar Eine Big Sister ist hinter dir Oh Das ist natürlich unschön Das ist natürlich sehr unschön Und das ist noch unschöner Alles klar Du bist gestorben Du wirst dann einer wieder Jammer wiederbelebt Äh, krass Wir machen das jetzt am besten Ich habe nicht großartig money hierfür Also das könnte sein, dass wir jetzt Ernst Schmeiß deinen Bohrer an Und räum den Schrott weg Der dir den Weg blockiert Ja, ja Du sagst das so leicht Ich bin eh gleich doch Gut, das ist Das läuft natürlich nicht so geil Für mich gerade hier Die kamen von hier aber Och, komisch Big Sister Is watching you Wo ist sie denn? Hier ist sie nicht Oh Was ist denn hier los? Oh, jetzt geht's Oh, wieder Alles klar Das kann Kurz bis hin Dauern So, wartet mal Wo ist sie? Muss doch Bringo In der Nähe sein Hier vielleicht Wieder? Nee Alles klar Ich denke Wir sollten das Lieber von Lieber vermeiden Ah, wir haben sie schon mal fast runtergekriegt Ja, das Problem ist halt gerade Ich habe es so gut wie kaum Oder so gut wie gar nicht Ähm Halfpack und Eave spritzen Deswegen ist das ja Ja Gerade nicht ganz so optimal Es wäre natürlich besser Oh, wartet mal Mein Auge drehen Eine Big Sister Ist da noch Nicht korrekt Ist die Frage von wo Gerade eben konnten wir ihn eigentlich Oh, war das knapp War das knapp Aber hinter uns war Ena Der hat mich Attac- Äh, äh, äh Angegriffen Attaciert gehabt Würde ich eigentlich sagen Aber ich denke mal Das war Was ist das? Wir können das auch mal so hinkriegen jetzt werden Weil so viel war es ja jetzt nicht War das vielleicht ein Glas Schrot mit dem Schuss hin Ich denke doch Wir müssen halt bloß aufpassen Dass die uns gleich nicht hier mit zwei Dingern wegbörstet Mit etwas Glück Kriegen wir da noch Ein bisschen was raus Was der Alten Da ist er Oh, das ist natürlich doof Das ist natürlich richtig mies Ähm Dass sie sich da heilt Sag ich mal Okay, wir gehen mal Wieder darauf Das ist natürlich richtig Damit habe ich mir Echt gar nicht gerechnet Muss ich mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren Sorry Wo kommst du denn her? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein Oh Nice Nochmal 40 promotinged zusätzlich Pfi Das war Intense Das problem ist halt jetzt nur Ich finde wieder wir haben überhaupt nichts mehr wir könnten jetzt so leicht drauf gehen gibt es hier nicht noch irgendwo vielleicht wo wir uns kurz die gesundheit auffüllen können dass man nämlich angesichts der situation dass ich vielleicht bloß noch drei lebenspunkte ab recht nice falsche das ist sorry was ist denn ums ob gott die alte hat eine waffe da hinten also racy war in der obersten etage geh rauf und überrede sie dass sie dir den hauptschlüssel gibt ein bisschen lebenspunkten oder was bist du nicht glatt das wird lustig baby snatcher da ist muni das bringt aber momentan nicht so viel wir können ja mal können ja mal hacken mal gucken was passiert bzw was wir rauskriegen werden schrot ist schon mal gut ducken und so noch ein bisschen kugeln das ist schon mal sehr schön man das muss reichen die fallnieten habe ich jetzt gar nicht eingesammelt mehr das ist dann doch schon ein bisschen doof gut hier haben wir alles das kraft ja kein problem das problem ist halt nur gerade ich brauche mehr als nur einen verbandskasten das wäre jetzt das wäre jetzt der ideale ort um eine falle zu sein irgendwie so und weg bist du ich kann nicht mal kühlschrank aufmachen wartet mal irgendwo sicherheitskamera aber hier ist schon mal gut dass wir hier uns umgucken können ah jetzt kriege ich wenigstens auch wieder ein bisschen leben rein das ist schon mal sehr geil und ich höre schon wieder ein big daddy was mir wesentlich so wirklich passt aber da kriegen wir vielleicht wieder eine little sister an der angel die wir diesmal nicht ausbeuten werden oh mein gott das war nämlich richtig entrance so schauen wir hinten nochmal ob da hinten vielleicht irgendwie was ist ne hier ist nichts mehr gut